Commander der Einsatz hat sich erhöht. Der Kontakt mit unserem Agenten, Codename Delphi, brach mitten in der Übertragung ab, gerade als er uns die Lage von Keynes Labor mitteilen wollte. Er experimentiert mit Tiberium, injiziert das Teufelszeug sogar Menschen. Delphi kennt außerdem Routen und Zeitplan für den streng geheimen Konvoi, den Keynes nach Bosnien schicken will. Nach ihrer Landung an diesem Strand kämpfen sie sich durch die Nordwachen und suchen Delphi, wenn er noch leben sollte. Sichern sie die Information. Ende und aus.